Wie komme ich jetzt auf der ersten Stufe, wie löse ich das Ding auf der ersten Stufe und was brauche ich für ein Wissen dazu, was gibt es für Regeln, welche Fehler kann ich machen und dann muss ich mir die Skills aneignen. Die reden von Theorie und das andere sind die, die es in der Praxis anwenden. Und jetzt kommt die gute Botschaft. Wenn man die Dinge anwendet, dann wird man feststellen, dass es entweder funktioniert oder nicht. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge Involution Podcast. Heute teilen wir mal wieder unsere neuesten Beobachtungen, Dinge, die uns vielleicht auch einfach negativ auffallen. Wie geht es dir erstmal? Gut. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann teile doch mal einfach eine Beobachtung, die du in den letzten zwei, drei Wochen beobachtet hast, die du komplett… Das ist ja jetzt fies. Okay, ich fang an. Dir fällt nichts ein und du schiebst mir den Ball rüber, du kleines Schweinchen. Nein, ich habe auf jeden Fall einen Punkt, der mich richtig… Also, was heißt richtig? Wo ich einfach denke, komplett lost, unnötig. Und zwar kannst du ja mal deine Gedanken zuteilen. Ich merke einfach, so eine Grundeinstellung von extrem vielen Leuten ist so nach dem Motto, sag mir doch einfach, was ich machen soll. Oh ja. Also, dieser Punkt, ich formuliere es mal in anderen Worten, gib mir einfach den heiligen Gral. Gib mir einfach diesen roten Buzzer, wo ich draufdrücke und der überweist mir automatisch unlimitiertes Geld auf mein Konto. Reicht schon. Reicht schon, ne? Du weißt genau, was du meinst, oder? Ja, ich weiß total, was du meinst, ja. Und das ist auch eine super coole Beobachtung, weil das tatsächlich sehr, sehr oft passiert. Und ich sage sogar wirklich, ich sage 95 Prozent der Leute sind nur darauf fokussiert. Oder sehr stark, sehr stark darauf fokussiert. Ich kann es jetzt prozentual, will ich es gar nicht einordnen. Aber das Ding ist, man muss sich über eine Sache in seinem Leben einfach bewusst werden. Wann bin ich, wann gehe ich so in Wirkung, ja? Also, das heißt, also, wann liege ich so ein bisschen auf dem Rücken, im wahrsten Sinne des Wortes, wie so eine Schildkröte? Ja. Und wann bin ich wirklich in der Position, dass ich am Steuer bin, ja? Und das, was da auch reinpasst, ist, dass halt Ereignisse im Alltag passieren. Die sind unvorhergesehen, die kommen einfach so. Und dann merkst du sofort, dass viele, nicht alle, aber viele wackeln dann sehr schnell. Also, kommen von ihrem Faden ab oder was auch immer. Und das Grundproblem ist, dass schon viele gar keinen Faden haben. Also, dass sie im Prinzip gar nicht wirklich wissen, was sie wollen. Was ist überhaupt das, was wirklich die Sache ist? Deshalb sind auch viele so anfällig für alle möglichen shiny Objects, ja? Da kommt da was, ach, das ist eine geile Abwecklung, Ablenkung. Oh, super. Da springe ich jetzt mal drauf. Also, vermeintliche Lösungen für irgendwas. Was auch immer, ne? So, und hier gehen wir mal rein. In dem Moment, wo ich einem anderen sage, hey, sag du mir doch, was ich tun soll. In dem Moment gebe ich ja die Verantwortung komplett ab. Ja. So, jetzt stell dir mal vor, der eine würde jetzt sagen, hey, spring mal vom 10-Meter-Turm. Und dann wirst du Kunden ohne Ende bekommen. Jetzt mal ein simples Beispiel. So, in dem Moment geht es jetzt ja schon los. Ja, nee, das will ich aber nicht. Oder nee, da habe ich aber jetzt keinen Bock. Das heißt, du musst ja dann auch damit rechnen, dass der andere was sagt, was du gar nicht geil findest oder was du überhaupt nicht willst. Also, das ist ja schon eine Banane. Ja, komplett. Der andere sagt, mach dies, mach jenes, mach das. Und jetzt kommst du komplett in die Falle rein, dass du überhaupt keine Orientierung hast. Weil der andere, und da sind wir auch wieder beim Thema, weiß ja gar nicht, was kannst du, was kannst du nicht. So, jetzt bin ich ja Coach und als Coach kriege ich ja auch die Frage gestellt. So, was ist jetzt eigentlich das, was ich tun soll? So, und damit ist halt, erstens hat die Person, die du was sagst, sagt in der Regel oder fragt in der Regel sehr viele Missverständnisse, weil sie ihr Geschäft nicht wirklich beherrscht. Würde sie ja ihr Geschäft beherrschen, dann würde sie die Frage ja nicht stellen müssen. Ja, jetzt muss man aber natürlich auch da, um kein nächstes Missverständnis aufzubauen, muss man sagen, ja okay, aber das ist ja jetzt als Coach auch dein Job, den Leuten zu sagen, was sie tun sollen. Was ist deine, also lass uns das. Das könnte man genauso sehen, das ist es auch in gewisser Weise, nur mit einem Unterschied, dass das als Trainer, ich nehme jetzt das Wort Trainer mal in den Mund, ist die Aufgabe erstmal Menschen etwas beizubringen. Und zwar genau, wie es richtig funktioniert, wie etwas richtig funktioniert, wie man zum Beispiel einen Marketingplan macht. Und wenn ich einen Marketingplan habe, dann ist ja der Marketingplan das Instrument, um das ich genau erstelle, meinen Fahrplan, um am Ende des Tages zu einem Ziel A, B oder C zu kommen. Okay, das heißt, ich formule das jetzt nochmal in meiner Sprache, damit das so perfekt klar ist, das was du oder was wir machen ist, wir geben den Leuten nicht die Packung Ibuprofen für ihre Kopfschmerzen, sondern wir geben den Leuten die Wasserflasche, dass sie genug Wasser trinken, dass gar keine Kopfschmerzen erst entstehen können. Also wir helfen in der Ursache damit, was ursächlich getan werden muss, damit diese Probleme gar nicht entstehen, richtig? Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, sondern wir geben den Leuten eigentlich eine komplette Wasserherstellungsanlage. Ja, also ich erkläre es nochmal von einem anderen Gesichtspunkt. Das Ding ist, schau, du hast immer irgendein Problem, eine Herausforderung. Zum Beispiel, du hast zu wenig Kunden. Das ist das einfachste Beispiel. Du hast zu wenig Kunden. Das ist ja die Wirkung. Das ist die Wirkung, das Ergebnis, also die Wirkung. Ich habe zu wenig Kunden. Und jetzt sagt die Person, sag mir, was ich tun soll. Zum Beispiel. Dann muss ich ja zuallererst mal schauen, was tust du denn überhaupt schon? Und vor allen Dingen, was kannst du denn überhaupt schon? Was werden die meisten tun? Die meisten werden hingehen und sagen, was kann mir jetzt leicht und einfach dieses Problem lösen? Genau, weil die Leute einfach die einfache, schnelle Lösung weg mit dem geringsten Widerstand. Genau. Lass mich das kurz ausführen. Und zwar, jetzt machen die Leute, wie kann ich das lösen? Also das heißt, ich habe selber keine Ahnung von Marketing, also hole ich mir eine Marketingagentur, die mir Leads generiert. Das Problem, was das aber ist, ist, dass die Person keine Ahnung von Marketing hat. Also alles, was die Person jetzt sagt, also die Agentur, muss er ja mehr oder weniger glauben und akzeptieren. Und er kauft sozusagen seine Vorstellung. Er kauft seine Vorstellung, die helfen mir, die lösen mein Problem. Das ist aber kompletter Unsinn. Denn der Punkt ist, wenn du es wirklich lösen willst und verstehen willst, dann musst du, musst du, du musst, du musst lernen, wie Marketing funktioniert. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, okay, welche Zugangswege als Makler habe ich denn? Habe ich schon genug Umsatz? Habe ich nicht, wenn ich Kundenprobleme habe? Vor allem, was ist genug? Genau. Das heißt, ich muss ja erstmal lernen, so wie komme ich jetzt auf der ersten Stufe, wie löse ich das Ding auf der ersten Stufe und was brauche ich für ein Wissen dazu, was gibt es für Regeln, welche Fehler kann ich machen, so und dann muss ich mir die Skills aneignen. Ja, das ist eine ganz beschissene Botschaft jetzt gerade, die ist richtig doof, weil ja, man muss was lernen, ja, man muss was verändern und ja, man muss sich darum kümmern. Das Coole ist, wenn du es einmal gelöst hast, dann kommt das nicht mehr wieder, das Problem. So, und da sind wir nämlich genau beim Thema, kenne ich schon, habe ich schon gehört und kenne ich schon, habe ich schon gehört, ist die nächste krasse Falle, weil die alles entscheidende Frage ist, kannst du es, wendest du es an, kriegst du damit Kunden, funktioniert es? Nein, du kannst es nicht, du musst es lernen, dass du es kannst. Das ist eigentlich das Ding, worum es geht. Kennen interessiert niemanden. Ach, niemanden. Habe ich schon gehört, kenne ich, habe ich schon drei Seminare besucht, okay, super, kannst du es anwenden, mach mir mal 27 Telefonate oder 100 oder 200, zeig mir, wie du es machst, wie viele Termine bekommst du da raus, wie effizient funktioniert das bei dir, funktioniert nicht, hast du keine Ahnung, Punkt. Das ist eine ganz einfache Sache. Das ist genauso, wie wenn jetzt mir einer sagt, ja, ich bin Marathonläufer, ja, wie viele Marathons bist du denn schon gelaufen? Ja, noch keinen. Ja, wie viele Kilometer läufst du denn in der Woche? Ja, zwei. Ja, aber ich weiß, wie Marathon funktioniert und ich weiß, wie man so ein Training macht. Ja, super, ist ganz toll. Aber du bist ein Mensch, der Theoretiker ist und der es nicht in der Praxis anwendet. Und das ist das Ding, es in der Praxis anzuwenden. Das ist ja genauso wie, ich habe irgendwo 2010 oder 11 Mal ein Seminar gemacht. Ja, Endkundenseminar. Immobilienverkauf ohne Makler. Da saß ein Makler. Mit dem habe ich mich nachher unterhalten. Sagt er, ja, das ist ja gar kein Problem, kann ich auch. Da habe ich mich mal ein Jahr oder zwei, glaube ich, später mit ihm, habe ich ihn getroffen. Sagt er, und? Hat nie eins gemacht. Hat nie ein Seminar gemacht, aber saß ganz großspurig. Ja, ist ja gar kein Problem für mich. Das kann ich auch. Hat nie eins gemacht, hat nie eins umgesetzt. So, und ich habe Millionen Umsätze über Seminare, über Endkundenveranstaltungen gemacht. Ja, weil ich es umgesetzt habe, weil ich es gemacht habe und weil ich der Einzige mit Sicherheit, ich würde sagen, der Einzige Makler in Deutschland bin, der über das Thema Endkundenveranstaltungen allumfänglich, nicht nur Erfahrung und mal ein, zwei Seminare gemacht hat und es dann irgendwann wieder sein gelassen hat, und sondern konsequent es gemacht hat und auch weiterentwickelt hat und immer wieder anwendet. Und heute wenden es meine Kunden an. Also, verstehst du, das eine sind halt eben Schwätzer, die reden von Theorie und das andere sind die, die es in der Praxis anwenden. Und jetzt kommt die gute Botschaft. Wenn man die Dinge anwendet, dann wird man feststellen, dass es entweder funktioniert oder nicht. Wenn es nicht funktioniert, dann kann man eine ganz klare Sache sagen, dann hat das nichts mit der Aktion zu tun. Wie zum Beispiel Flyer oder Anzeigen oder was auch immer. Sondern es hat was mit den Fähigkeiten zu tun, weil dann hast du irgendwo einen Fehler gemacht. Weil wenn es bei dem einen funktioniert und bei dir nicht, dann liegt der Fehler bei dir und nicht generell bei dem Thema. Und das ist auch, was die Leute verstehen müssen. Und dann kommen so Ausreden wie, ja, an meinem Standort funktioniert das nicht. Wir haben ja hier so eine riesen Konkurrenz. Das ist eine nächste geile Beobachtung. So geil. Wir haben ja hier so viel Konkurrenz, ja. So, aber meinst du denn irgendwo in Deutschland ist die Konkurrenz weniger? Ja, meinst du, das wäre in Frankfurt anders als in München, in München anders als in Hamburg oder in Berlin? Das gleicht sich ja eh aus. In Ballungszentren hat man halt mehr Objekte, aber auch mehr Makler. Ja, in Speckgürteln oder auf dem Land hat man halt weniger Objekte, aber auch weniger Makler. Aber das Verhältnis ist das Gleiche. Genau. Also das ist halt einfach das Thema. Das war das Schwachsinn, ja. Ich habe noch eine weitere Beobachtung, weil wir wollen ja jetzt mal so über Beobachtung sprechen. Meine Beobachtung ist eine weitere, nicht pauschal zutreffend auf jeden, aber oft schon festgestellt. Die Leute, die zum Beispiel schon 30, 35 oder 25 Jahre in der Branche sind und das machen, dass die mal am lautesten rufen, kenne ich schon, kann ich schon. Aber die Beobachtung dahinter ist, dass die Leute, die es schon 35 Jahre machen, die schlechteste Dienstleistungen machen und am wenigsten Ahnung haben. Nicht vom Fachlichen her, ja, also jetzt Fachwissen über eine Immobilie, sondern wie man ein geiles, erfolgreiches Business aufbaut oder führt oder wie man wirklich eine absolut Outstanding Dienstleistung produziert. Was ist deine Meinung dazu? Also das Ding ist halt einfach, wenn jemand lange auf dem Markt ist, das Ding ist, du wirst natürlich immer behäbiger, Dinge zu verändern und Dinge umzustellen. Das ist halt leider häufig so. Das kommt natürlich auch ein bisschen was drauf an, wie die Person das letztendlich sieht. Also ich sage mal, bist du, ist das ein Einzelkämpfer, dann hat er sich auch meistens arrangiert, macht so seine paar Geschäftchen im Jahr und irgendwie kommt er durch. Also so. Dann gibt es die, die dann Mitarbeiter haben, die schon ein bisschen größer sind, die sind dann schon in so einer Situation häufig auch zum Beispiel Platzhirschen sogar zu sein. Ja, das ist halt dann der nächste Punkt, sorry, dass ich da unterbreche. Die ruhen sich dann halt auf der Position aus, halt schon lange vor Ort zu sein. Man kennt halt sich dann irgendwie aus der Grundschule und so Mund-zu-Mund-Propaganda. Dadurch hat man halt so seine Bekanntheit. Und dann verwechselt man halt, dass man dadurch eigentlich sein Geschäft macht, also durch die Bekanntheit und nicht durch seine Leistung. Genau so ist es. Also es ist ja eine Verwechslung, die stattfindet, also eine falsche Berechnung letztendlich. Genau. Also es ist ja tatsächlich so, dass natürlich der Bekanntheitsgrad in den Köpfen der Leute auch irgendwo erzeugt, ja, der muss ja schon wissen, was er macht. Wir hatten ja einen auch dabei, der super gut abgeht, super erfolgreich ist und der halt natürlich noch nicht so lange Makler ist wie seine Wettbewerber teilweise. Und das schon mal hier und da hört, ja, aber der andere ist doch viel erfahrener und so weiter. Aber das Ding ist, wo man halt eben hinschauen muss, ist, wie waren denn die letzten zehn Verkäufe? Wie war denn der Track Record bei den letzten zehn Verkäufen? Wie lange braucht der, um eine Immobilie zu verkaufen? Wie oft musste der im Preis runtergehen und wird da rumgedribbelt und so weiter und so fort? Also die Erfahrung, die Dauer, die jemand auf dem Markt hat, sagt nichts über die Qualität aus. Punkt Nummer eins. Auch nicht über die Ausführungen und so weiter. Und natürlich ist jemand, weißt du, so ein Öltanker, weißt du, ein Öltanker, der liegt natürlich auch sicherer im Wasser als jetzt zum Beispiel ein Speedboat. Ein Speedboat ist aber halt einfach schneller und wendiger und ein Öltanker eben nicht. Und das ist halt so ein bisschen das Leben. Also, weißt du, je älter, je langsamer, behäbiger, gemütlicher wird man ganz einfach. Das kann man nicht wirklich einfach pauschal sagen, dass der jetzt per se dann schlecht ist oder per se gut ist. Das kann man jetzt so wirklich pauschal nicht sagen. Aber diese Beobachtung an sich, dass die Leute weniger bereit sind, etwas umzustellen, dass die weniger bereit sind, sich weiterzuentwickeln, das ist auch so, was ich einfach sehe. Und ich sehe aber auch eine andere Sache, dass gerade die, die bei uns ins Coaching reinkommen und schon länger Makler sind, dass die natürlich aufgrund der Grundlage, wenn sie bereit sind, sich zu verändern und auch sagen, Wow, das hätte ich ja nie gedacht, dass so viel, so viel anders ist und ich echt so viele falsche Informationen im Kopf habe und auch falsche Gedanken und falsche Herangehensweisen aufgebaut habe. Und dadurch, dass ich da jetzt mal wirklich einen anderen Blick drauf werfe, das auf einmal ganz, ganz andere Erfolge hat. Ja, also ich muss dazu direkt was sagen. Also die Leute, wir kriegen immer mehr von den erfahrenen Hasen, sage ich mal so, die bei uns starten. Die gehen ab wie eine Rakete. Jetzt eben erst eine Nachricht in den Chat bekommen von einem Kunden, der letzte Woche ongebordet wurde, seit 13 Jahren, glaube ich, Makler, der gesagt hat, ich bin geflasht von den Inhalten, ich bin noch nie, also ich bin richtig gut reingekommen, richtig gut gestartet. Und das halt zu hören von Leuten, die eben schon so lange im Markt sind, dann braucht man nur die Uhr danach stellen, wie lange das dauert, bis der wirklich exponentiellen Wachstum erlebt, weil halt das Grundfundament schon geil ist. Ja, absolut. Ich denke, in dem Sinne, können wir es hier schon zumachen. Hinterfragt euch da mal selber, ob ihr vielleicht das ein oder andere auch schon selber mal gedacht habt, was ja nicht schlimm ist, aber zu erkennen, dass es immer weiter geht. Ja, in diesem Sinne. Bye, bye. Ciao. 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 Vielen Dank.